Ja, ich habe jetzt ein hochklassiges Spiel gesehen mit sehr viel Tempo von beiden Seiten. Vicky sicherlich gerade in der ersten Halbzeit mit der fußballspezifisch besseren Spielanlage. Sie haben technisch versucht, viele Dinge zu lösen, wir haben aber gut dagegen gehalten, haben aus der kompakten Abwehr heraus Mittelfeldpressing immer wieder gut angelaufen, haben auch nicht viel zugelassen und das Gegentor war natürlich sehr ärgerlich, weil es aus dem Standard heraus passierte. Also wenn man die erste Halbzeit sieht, wäre der Punkt natürlich drin gewesen. Allein in der ersten Minute müssen wir eigentlich schon 1-0 in Führung gehen. Des Weiteren habe ich in der ersten Halbzeit bei uns bessere Chancen gesehen, also mehr Chancen gesehen, auch die Führung zu machen. Stattdessen gerät man dann natürlich in Rückstand. Das fand ich gerade in der ersten Halbzeit, hätten wir da mehr herausholen können. Die zweite Halbzeit dann nach dem Ausgleich war halt die Phase, wo ich nicht mehr ganz zufrieden war mit der Mannschaft, wo wir halt zu offen gespielt haben und dann immer wieder ein Konter gelaufen sind. Wir hatten natürlich auch noch kurz vor Schluss die Chance zum Ausgleich und immer mal wieder noch ein paar Chancen, aber am Ende, nach dem 1-1, hat Niendorf sich das Tor dann auch nach einigen Kontern verdient gehabt. Gut, dass wir dann nicht mehr den Ausgleich machen, sollte dann einfach so sein und so geht Niendorf halt verdient als Sieger vom Platz. Ich hoffe schon, dass jetzt die Mannschaft auch ein Stück weit mehr Selbstvertrauen dadurch aufgenommen hat. Wir haben das Spielsystem geändert. Das sind alles Dinge, die muss man erstmal verarbeiten. Das haben sie sehr gut gemacht in den 90 Minuten, taktisch klug gespielt und darauf bauen wir auf. Na klar. Das ist es, dass wir nach der Ausgleich-innen. Das war der Ausgleich-innen. Da war der Ausgleich-innen.